Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Heute ziehen wir uns rein, der drastische Absturz von Eden Hazard. Wie wahrscheinlich die meisten mitbekommen haben, hat er vor kurzem seine Karriere beendet. Deswegen mal ein kurzer Recap seiner Karriere. Traurig, sehr früh auch vorbei, vor allem als Real-Fan. Umso trauriger, dass er nicht eingeschlagen hat. Aber ich würde sagen, gehen wir rüber zum Video. Nach Messi und Ronaldo ist er mein Favorit. Das sagte Sinedine Zidane 2015 über einen gewissen Mann. Ein gewisser Mann namens Eden Hazard, der seine Karriere im Norden Frankreichs bei Los Glil begann. Durch seine enorm starken Leistungen beim Franz... Ich muss sagen, ich glaube ich hatte ihn sogar damals schon irgendwie durch FIFA oder so auf dem Schirm. Aber so ein bisschen bei Lidl, glaube ich, sagt er mir schon was. Kann aber auch sein, dass ich mich irre und ihn erst seit Chelsea kennen. ...kürzischen Erstligisten schaffte er den Sprung in die Premier League. Der FC Chelsea blätterte ganze 35 Millionen Euro auf den Tisch. Interessant, wer wann? ...um den damals 21-jährigen Belgier zu verpflichten. Nach sieben Bilderbuch-ähnlichen Jahren in London klopfen die Königlichen an die Tür und Real Madrid verpflichtet Eden Hazard für 115 Millionen Euro. Uff, und man muss ja auch sagen, sie haben nicht das erste Mal geklopft. Also das war ja wirklich ein paar Jahre, wollten sie ihn haben. Krass, 115 Millionen, aua, das tut jetzt so im Rückblick schon wirklich weh. Der Flügelstürmer soll von nun an mit 28 Jahren in die Fußstapfen von keinem geringeren als CR7 treten. Innerhalb von vier Saisons absolviert Hazard aber nur 54 Liga-Partien... Junge, boh, denn los! ...bevor Real seinen Vertrag auslaufen lässt und er vereinslos mit gerade einmal 32 Jahren seine Schuhe an den Nagel hängt. Ein beispielloser Fall. Doch, wie konnte das passieren? Ja man, das ist eine gute Frage. Wie konnte das passieren? Ich glaube, er mochte Burger King zu sehr, hat zu viel gegessen, zu wenig Bock dann effektiv auch auf diese harte Disziplin, die so ein Fußballer-Dasein einfach erfordert. Da hat er nicht so viel Bock, glaube ich, drauf gehabt. Schauen wir mal. Der Fußball ist extrem schnelllebig. Für die, die sich nicht mehr daran erinnern können, Eden Hazard hat beim FC Chelsea in 352 Partien 110 Tore erzielt und 92 weitere aufgelegt. Kann sich sehen lassen. Doch wer Eden Hazard spielen gesehen hat, weiß, dass diese Statistiken noch viel zu untertrieben sind, um darstellen zu können, wie enorm wichtig der Belgier für die Blues war. Das stimmt. Also mal kurz abgesehen davon, wie geil sieht das denn hier aus? Wie schön filigran und so. GG dafür. Ähm, ja. Ich habe ihn nie live spielen sehen für Chelsea, aber halt im Fernsehen, live, der hat schon einen großen Impact gehabt. Also auch sein Zickzack-Dribbling und so, das ist schon abgegangen. Im Verlauf der Jahre fuhr Eden Hazard mit dem FC Chelsea zweimal die Premier League, zweimal die Europa League, einmal den FA und einmal den League Cup ein. Kann man machen. Und individuell wurde er 2014, 15, 17 und 19 zum Spieler des Jahres bei Chelsea und 2015 sogar zum Fußballer des Jahres in England gewählt. Okay, krass. Bei seinem Wechsel zu Real Madrid war eigentlich für jeden Fußballfan klar, 100 Millionen sind zwar nicht wenig, aber die transferieren da halt auch ein Eden Hazard in seiner Prime. Ja, das stimmt. Also das trifft es wirklich. Man dachte wirklich, okay, der geht da jetzt hin und lief halt ab. Er kam nicht, um irgendeinen Fußballer zu ersetzen. Er kam, um Cristiano Ronaldo zu ersetzen. Doch schon mit seiner Ankunft sorgte der Belgier für die ersten Schlagzeilen. Stimmt. Da ist er ein bisschen zu dick zu Real gekommen. Also da ist er in Madrid gelandet und war ein bisschen fett. Azard, dem man das ein oder andere Kilo zu viel anmerkte, wurde Bestandteil dutzender Memes und Headlines von... Das ist auch gut. Und das ist halt dann das, was ihn wirklich von dem Ronaldo meiner Meinung nach unterscheidet. Und Ronaldo, selbst in den Ferien zieht er sein Programm durch. Komme, was wolle. Er ist Profisportler und er ballert da wirklich durch. Und es ist auch menschlich und auch zu einem gewissen Grad verständlich, dass man auch als Profifußballer mal sagt, Oh Bruder, ich will da noch mal ein Chilligen machen und so, aber das unterscheidet dich halt dann wirklich zu dem oberen Top-Prozent-Satz, wo er dann, ja, die Top 1% quasi, das musst du einfach dann auch abliefern, um da hinzukommen. Ich nehme rasch zu, aber ich nehme auch schnell wieder ab. Und das tat er auch. Innerhalb von kurzer Zeit gewann er die Fitness, die er benötigte und spielte auf. Der... Ja... Waren halt auch viele Verletzungen, muss man sagen. Also da wurde er schon ein bisschen geplagt. Chelsea Hazard war zumindest in Ansätzen erkennbar und die Hoffnung der Fans in Madrid waren hoch. Es gab ehrlich gesagt nur ein, zwei Spiele, wo er wirklich so diesen Chelsea Hazard raushängen lassen hat. Champions-League-Spiel, glaube ich, kann ich mich an eins erinnern. Und ein La Liga-Spiel, da hat er richtig aufgetrumpft. Da war wirklich so dieses, boah, komm, jetzt kommt er. Und dann ist er halt auch nicht gekommen. Hazard war nie dafür bekannt, der ehrgeizigste im Training zu sein. Er war allerdings auch nicht dafür bekannt, wegen Verletzungen oft auszufallen. Obwohl er beim FC Chelsea immer wieder in der Statistik als der meistgefoulte Fußballer ganz oben stand, verletzte er sich sehr selten. Um das mal in Zahlen wiederzugeben, Hazard war zwischen 2014 und 2017 der Spieler in der Premier League, der mit 258 Fouls am meisten einstecken muss. Aua, das geht auf die Knochen, Mann. Sein Premier League-Verfolger war Wilfried Zaha mit gerade einmal 210. Und im internationalen Vergleich gab es da einen gewissen Lionel Messi, der nur 234 Fouls einstecken musste. Die einzig nennenswerte Verletzung in seiner Zeit beim FC Chelsea war eine Knöchelverletzung, weswegen er operiert werden musste. Im Zuge dessen ließ er sich eine Metallplatte einsetzen, um die Heilung des Bruchs zu unterstützen. Und gerade diese Verletzung wurde ihm in Madrid zum Verhängnis. Okay, krass, was die genaue Verletzung war, weiß ich gar nicht. Im November 2019 traf Real Madrid im Rückspiel der Champions League-Gruppenphase auf Paris Saint-Germain. In dieser Partie änderte ein Foul alles. Landsmann Thomas Meunier traf Hazard an den Beinen, als dieser sich wegdrehte. Hazards Knöchel blieb unter Meuniers Fuß eingeklemmt. Unglücklicherweise war es ausgerechnet der Knöchel, der ihm Jahre zuvor bereits einen Strich durch die Rechnung machte. Von da an ließen ihn seine Knöchel und verschiedene andere Verletzungen immer wieder zurückfallen. Hazard konnte von da an nie wieder an seine Leistungen von früher anknüpfen. Bis zu seinem Abtritt von Real Madrid im Jahre 2023 stand er innerhalb der dreieinhalb Jahre nach der Verletzung nur ein einziges Mal über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Krass. Schon auch traurig. So eine Verletzung kann halt viel verändern. Also von daher ist auch, wenn Leute sagen, Fußballer, die verdienen so viel. Du hast halt nur eine Karriere und du hast auch keine Garantie, wie lange dauert die. Lass dich mit 21 mies umgefault werden. So wie jetzt bei Neymar. Der ist jetzt 31. Noch nicht so alt, aber wenn dir das mit 21 passiert, mit seinem Kreuzbandriss und so. Ciao. Also da, um erstmal wieder das Vertrauen in deinen Körper und so zu bekommen, das dauert einfach. In dieser Zeit unterzog sich Hazard einigen OPs, lieferte durchwachsene Leistungen und wurde anschließend von Vinicius Junior, der nebenbei zum Star wurde, endgültig verdrängt. Stimmt. Vinny ist dann einfach gekommen und dann war so, ja, Hazard, so ist es dann noch gar nicht aufgefallen. Stimmt, ja. Eine Misere, die im Mai 21 nochmal einen Höhepunkt erreichte. Und das durch einen Shitstorm. Die Kameras erfassten den Belgier, wie dieser sich mit seinen alten Teamkollegen von Chelsea nach einem Champions League aus amüsierte. Zwar kündigte Hazard bei der Feier des Champions League Triumphs 2022 an, in der kommenden Saison wieder der Mannschaft helfen zu wollen, doch alles vergeblich. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Einfach nichts passiert. Es war einfach so gesagt und nichts passiert. Nun, vier Jahre nach Unterzeichnung des Mega-Deals hat Real Madrid seinen Vertrag auslaufen lassen. Da Hazard keine Angebote vorlagen, die er in Erwähnung ziehen würde, zog er mit erst 32 Jahren die Reißleine. Krass, er ist schon traurig irgendwie, aber ich habe gehört, er hat nicht mit ihm Spaß im Fußball gehabt. Da muss man dann auch sagen, gut, wenn es dir keinen Spaß mehr macht, du hast genug Kohle gemacht. Komm, genieß es. Auf Instagram verkündete er, man muss auf sich selbst hören und zum richtigen Zeitpunkt aufhören. Nach 16 Jahren und mehr als 700 Spielen habe ich beschlossen, meine Karriere als Profifußballer zu beenden. Jetzt will ich die Zeit mit meinen Liebsten genießen und neue Erfahrungen sammeln. Wir sehen uns bald abseits des Spielfeldes, meine Freunde. Ja, am Ende des Tages muss er damit fein sein. Wenn er damit fein ist, dann haben die anderen Leute da nichts mitzureden. Generell hat man halt als Fan vor allem auch immer noch ein bisschen andere Vorstellungen, wo man sagt, wow, und der beendet dann seine Karriere richtig cool und als Legende und so. Das ist wie bei Neymar so ein bisschen dieses Unvollendete, dieses ein kleiner Stück der Karriere war gut und dann fehlt einfach nochmal so dieses Quäntchen zur Perfektion. Aber wie gesagt, er muss am Ende des Tages Bock darauf haben und es hört sich so an, als würde er gerne in den Ruhestand gehen. In Azars Formulierung klingt es so, als hätte er sich 2023 vom Fußball verabschiedet. Safe, finde ich auch, das Gefühl kriegt man. Doch in Wirklichkeit hat sich der Fußball bereits 2019 von Azar verabschiedet. Und wie sich Azar zur Zeit vom Fußball verabschiedet, verabschiedet sich Ajax Amsterdam vom Erfolg. Aktuell stehen die Meisterfavoriten nämlich auf dem 16. Platz. Und isst dir ein paar Kilos drauf, wenn du Bock hast. Jetzt hast du auch nicht mehr so den Stress, dass du abnehmen musst. Und schöne Zeit auf jeden Fall. Was soll man sonst sagen? Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace.